Halli ihr Lieben, heute habe ich euch eine Aufgabe aus der Zinsrechnung mitgebracht, die folgendermaßen lautet. Nach wie vielen Jahren hat sich ein Kapital von 2000 Euro verdreifacht, bei einem Zinssatz von 5%. Wir legen also ein bestimmtes Kapital über mehrere Jahre an und es soll sich in der Zeit verdreifachen. Wir bräuchten also eine Formel und dann nehmen wir die für den Zinseszins, da wir eben dieses Kapital über mehrere Jahre anlegen. Wie lautet diese Formel? Die heißt KN, also das Kapital nach N Jahren, also das Kapital am Ende der Laufzeit, berechnet sich, indem man K0 nimmt. Das steht für das Anfangskapital, also womit man startet, multipliziert das Ganze mit 1 plus p durch 100. Das p steht für den Zinssatz in Prozent und dann wird das Ganze noch hoch N genommen. N sind die Jahre, die Anzahl der Jahre, die man dieses Kapital eben anlegt. Und wir wollen ja herausfinden, nach wie vielen Jahren hat sich unser Kapital verdreifacht. Also die Jahre sind unbekannt, die wollen wir herausfinden. Das heißt KN, K0 und P müssen hier im Text stehen und das tun sie auch. Wie sieht es aus mit KN, also das Kapital, das am Ende da sein soll? Unsere 2000 Euro sollen sich ja verdreifacht haben am Ende. Also wollen wir das Dreifache von 2000 am Ende rausbekommen. Das sind dann 6000 Euro. Die können wir für das Endkapital hier eintragen. K0 steht für das Anfangskapital, also das, womit wir gestartet sind. Und das sind eben diese 2000 Euro, die man angelegt hat. Also für K0 kommen die 2000 rein. Den Rest schreiben wir alles so ab. Aber das p, da können wir was einsetzen, ist ja mit 5% gegeben. In der Formel ist Prozent schon drin. Also wir müssen nur die Zahl einsetzen. Diese 5 für das p und das Ganze wird ja schon durch 100 geteilt. Und das n bleibt einfach so stehen. Das wollen wir herausfinden. Das ist eine Gleichung, in der ist nur n als Unbekannte drin. Die können wir nach n umstellen. Und das machen wir jetzt mal hier auf dieser Seite. So, n steckt ja im Exponenten drin, also hoch n. Das kriegen wir dann nur raus, wenn wir jetzt im Laufe der Umformungen den Logarithmus anwenden. Aber den würde ich noch nicht am Anfang anwenden, sondern erstmal gucken, was man sonst noch so machen kann. Zum Beispiel kann man die 2000 ja mal auf die linke Seite bringen. Die stört hier ja nur, indem wir durch 2000 rechnen. Dann haben wir 6000 geteilt durch 2000 sind 3 auf der linken Seite. Und rechts ist die 2000 dann nicht mehr da, nur die Klammer hoch n. Aber die Klammer können wir auch in dem Schritt direkt schon ausrechnen, weil da stehen ja nur Zahlen drin. 1 plus 5 durch 100 sind 1,05 und das Ganze eben hoch n. Jetzt sieht unsere Gleichung schon um einiges angenehmer aus. Unser n steckt jetzt hier einfach nur im Exponenten. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, wenden wir den Logarithmus an. Weil wir können mit plus minus mal geteilt hier jetzt nichts mehr machen. Jetzt müssen wir ran. Die gängigste Art ist es einfach, auf beiden Seiten den ln anzuwenden. Aber ihr könntet auch, wenn ihr wollt, diese Basis nehmen. Also den Logarithmus zur Basis 1,05. Das ist einfach Geschmackssache. Ich nehme jetzt mal den Weg mit dem ln. Also auf beiden Seiten den ln anwenden. Das heißt, auf der linken Seite steht ln von dem, was da stand, also von der 3. Und auf der rechten Seite genauso ln von dem, was da stand, also von diesem Teil mit dem hoch n. Alles schön hier in die Klammer rein. Da ist unser n. Steckt jetzt im Logarithmus. Ist irgendwie noch ein bisschen schlecht, aber das kriegen wir da gleich raus. Die linke Seite ist eigentlich gut. ln von 3, das ist einfach was, was man mit dem Taschenrechner ausrechnen kann. Also da steht einfach eine Zahl, die ist okay. Die können wir genau so stehen lassen. Und auf der rechten Seite, da wollen wir das n jetzt aber aus dem Logarithmus raushaben. Und das geht auch ganz einfach, denn es gibt ein Gesetz, das sagt, wenn ihr eine Hochzahl im Logarithmus stehen habt, dann dürft ihr diese Hochzahl einfach vor den Logarithmus ziehen. Also n mal kommt dann immer dazwischen und dann den Rest, also ln von dem, was dann übrig bleibt. Also das ganze Ding da, aber ohne das n, weil das haben wir ja vorne dran gezogen. Und jetzt steht unser n schön in der Gleichung drin. Wir können nach n umstellen, indem wir nur noch durch diesen Teil hier teilen. Und auch der Teil ist nichts Schlimmes. Also ln von einer Zahl könnt ihr einfach im Taschenrechner ausrechnen. Also das ist einfach nur eine Zahl, die hier steht. Und durch die teilen wir jetzt, damit das n alleine steht. Also durch den ln von 1,05. Und dann haben wir auf der linken Seite ln von 3 stand da ja. Ja, wir teilen, also ein Bruch durch ln von 1,05. Und auf der rechten Seite steht, wie gewünscht, jetzt nur noch das n alleine. Und das kann man eben ausrechnen. Also wenn wir das machen, kommen wir ungefähr auf 22,5. Und das sind die Anzahl der Jahre, die wir unser Startkapital von 2.000 Euro anlegen müssen. Bei einem Zinssatz von 5 Prozent, damit sich das Ganze eben verdreifacht. Also nach 22,5 Jahren hat sich unser Kapital verdreifacht. Und ist euch aufgefallen, dass hier bei der Berechnung von n nur die 3 mit ins Spiel kamen und die 1,05. Hier ist nirgends mehr unser Startkapital drin. Diese 2.000 Euro, durch die haben wir hier geteilt und dann sind die verschwunden. Das heißt, es ist völlig egal, wie viel Geld ihr am Anfang anlegt. Nach 22,5 Jahren hat sich das immer verdreifacht. Ob ihr 2.000 Euro anlegt oder ob ihr 100 Euro anlegt oder ob ihr 600 Euro anlegt. Völlig egal nach 22,5 Jahren. Weil hier die 3, dieses verdreifacht, das spielt hier in die Formel mit rein. Und der Zinssatz, diese 5 Prozent, die sind hier drin. Aber das Startkapital, das ist hier rausgeflogen. Spätestens hier haben wir gesehen, es geht nur noch um die 3 und um die 5 Prozent. Von daher ist es völlig egal. Es hätten hier genauso gut 100 Euro stehen können. Denn wenn hier 100 Euro gestanden hätten, dann hätten auf der Seite eben das Dreifache von 100 gestanden. Also 300. Und dann, wenn wir durch 100 geteilt hätten, dann hätte hier schon wieder die 3 gestanden. Also ja, interessante Sache finde ich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Dann geht's gut! Dann geht's gut! Vielen Dank.